Was? Was? Hat er schön gemacht, ne? Er hat was gesagt. Ja. Hat gesagt, die soll was sagen. Er kann mein Kollege auch nicht, deswegen... Hallo, zur zweiten Folge. Ja, BattleBlock ist ja da. Das zweite muss reichen. Yay. Wir haben gerade festgestellt, dass wir da oben mehr will. Also irgendwie schaffen wir da schon... Ich kann jetzt hier hübsche Köpfe von diesen Edelsteinen kaufen, die wir sammeln. Ich nicht. Ich hab noch ganz viele übrig. Ich hab nur zwei. 15 kostet alles. Hier ist das vierk. Oh, einen habenst du. Bist du langgekommen, ne? Du hast ein Ausgangs-Defängnis befreit. Ja. Hier ist Viereck. Wollte ich dir nur sagen. Echt? Scheiße. Nein. Aha. Ach, ich hab's gut im Teleporter. Eine Robbe. Achievement. Ein, äh... Keine Ahnung. Ein Stormtrooper. Und mehr kann ich nicht. Stormtrooper. Ja, okay. Komm, wir spielen an Stormtrooper. Nein, an Stormtrooper, sondern... Ja, aber wie heißt er? Wie Boba Fett oder wie der heißt er? Was? Kopfgeldjäger. Er hat auch so einen komischen Helm auf. Okay. Wenn du was sagst. Er hat keine Ahnung. Wie immer hat er keine Ahnung. Die ersten neun Level sind bei meinem Spielstand wohl fertig. Wir wissen nicht warum, aber... Ich bin schnell weg. Hm. Ja. Du wirst in 7 Sekunden so rein. Es gibt zwungen. Da geht's dann weiter. Und hier geht's noch weiter. Was nicht schön. Dann gibt's noch ganz viele. Das macht mich sick. Und am gleichen Zeitpunkt. So. Stormtrooper Power. Also, ich sag nochmal, ich kann das nicht, deswegen... Ja, komm mal her. Ach. Wie war das? Ja. Achso. Halt doch still. Ja, schön. Wo bist du jetzt? Hier, die ist alles mittlerweile so ein bisschen versteckt. Ähm. Guck mal da. Guck mal da. Au. Gem, 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 gem. Gem, 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 gem. Stimmt, wir können ja auch hauen. Die haben ganz vergessen. Ja. Komm mal auf. Ja, unsichtbare Blöcke gibt's natürlich auch. Wie kann's anders sein? Ja, da haben wir uns später im Label. Och. Ja, nichts kann der alleine. Los, geht da drüben sammeln. Soll ich ihn wieder sammeln? Hier ist nichts in der Lüge. Da ist doch nichts. Also wirklich. Au, au. Haha. 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 Das war zu früh. Nein. Jetzt. Ich glaub, hier oben war was. Ja. Wie immer. Immer was versteckt. Hab ihn mal weggeschubst. Guck mal da oben. Ja. Guck mal da. Das ist theoretisch durch. Immer alle. Ich glaub ja. Ich glaub, es gibt ja noch mehr Dreck. Na gut. Guck. Ich hab schon immer noch zwei nachher. Wir flitzen einfach brutal durch die Level. Ja, wir haben alle. Geh'n mal. Reicht doch hin. Stimmt, da oben fehlt. Hab ich die ganze Zeit gar nicht gemerkt. Was denn? Was? Der will fehlen. Ich will da runter. Runter gehen. Mist. Haha. Dann zahm ich eben den hier. Der ist sowieso viel cooler. 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 Au, 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 au. Mein Kopfschmerzen. Ne. Achso. Ja, schön. Seht ihr? Wir sind perfekte Koop-Partner. Ja. Er träumt davon. So geht das. Äh. Achso. Gut mach du. Ja. Schießt du auch nicht. Schaffst du das? Blub, blub, blub. Ich glaube hier oben. Wir hätten so Ecken das auch gerne mal. Etwas. Ja. Oh, jetzt rücken wir mal ein Schiff hier. Flau. Hüß. Ach, Mist. Ja. Ja, ich darf wieder einen schweren Weg nehmen. Ja. Ich kann schön mit unserem Runtergleiten an dieser Schnatter-Matsch-Pampe. Ja, ich kenne die Fachausdrücke. Ja, gem. Richtig so. Hau ihn. So, danke, dass du mich tötest. Hier haben wir. Was? Du bist unwichtig. Oliver, wichtiger. Geh weg. Kuscheln mit der Katze. Geh weg. Ich will keine Hello Kitty online spielen hier. Kuscheln mit der Kitty. Bäh. Ne, Kitties sind eklig. Die sind fett. Äh, du musst irgendwie anders runterkommen. Ach. Na, gleich im Weg sein. Shooter drin. Tada. Ja. Die Katze will mit. Nein. Man sieht, glaube ich, immer kurz meine Maus. Entschuldigung. Also recht mal zu entfernen, aber sie will nicht. Doch, da oben will sie. Immer sieht man deine Maus. Meine Maus ist halt süß. Ha. Woher wusste ich das noch? Ähm. Okay, komm hoch. Na gut. Wir sollen das Boot hier holen. Äh, was ich alleine nicht kann. Ja. Was kannst du überhaupt? Na, wir paddeln noch. Äh, wir paddeln noch ganz schön schnell, diesmal. Vermutlich, weil wir es schon kennengelernt haben. So, auch erst der Anfang. Na, proben. Ja, das hat wir super reizuliert. Er tut so als ob, aber geht dann gar nicht hoch. Ich kann nichts dafür, dass das Spiel ich nicht wollte. Naja. Was ist denn, Teufel? Was hat das denn? Ach, das ist so ein Werfen. Jetzt sagst du auch. Ach, deswegen. Und dann gibt es schon mehr rein. Ne, da ist nichts. Ach so. Ich bin dir übersehen wie nachher anders. Es könnte vielleicht da was sein, aber ich glaube eher nicht. Was lässt du wohl... Nö. Mist, wie? So ist das schön. Boot. Ich bin auch ein Boot. Ha. Mist. Warum funktioniert das nicht? Staden, wenn ich es... Lass dich... Wurzeln. Ich bin auch da rüber. Beziehungsweise wir. Mit wir meine ich ich. Ja. Du hast du denn gerecht. Und mit ich meine ich, ich mache das sowieso alles alleine. Und eine Zinsen für die uns. Wollen wir da hoch? Ja. Ah, da wären wir hingekommen. Hm? Frage ist nur wie. Scheinbar. Weit drauf. Wir haben es so geschafft. Hüpfen, ich darf meinen Kopf hoch. Hast du die Aufnahmezeit im Auge? Ja. Oh, okay. Sehr krass. Ich glaube, sechs Minuten. Oder so in den Dreh. Ne, zehn. So, dann sind wir wieder. Wir machen trotzdem weiter. Viel zu wenig Level hier. Wir sind schnell. Das wird sich am Ende noch ändern, denke ich. Ja, da bestimmt. Da dauert das noch länger. Drei. Oh. Sehr nice. Ha. Die Speed-Level werden nicht sehr lustig. Gibt es auch so irgendwelche Level, die man auf Geschwindigkeit... mitspielen muss? Dahin, dahin. Ach, da war ein Telefon. Hoch! Oh nein! Ne, da. Ich bin runtergefallen. Oh. Ich lasse diese Dinge ab, du. Es fügt und es tut mir viel. Eindlich würde ich da oben in der Ecke gucken. Da wurde es gebrutzelt. Da. Der hat cheatet er schon wieder. Was ist denn? Das macht der ständig so. Ich muss ja alles machen, aber man sollte der sich zu mir. Der ist alle verreckt. Äh. Will du? Ähm, was? Aber ich habe nachher erstaunlich lange gelingt. Ja. Hier oben was? Weiß nicht. Nö. Ich bin schon eine Weile her, dass wir das gespielt haben. Ach, Mist. Ja, machen wir so. Mehr. Boah, die Jetpacks. Na du. Ich habe es auch vorgestellt, meine What's in my stream account. Oh, hier. Das habe ich gar nicht gesehen, dass das auch alles... Ja. Ich gar nicht. Ja, und wie immer. Er hält die Hand, aber er holt einen nicht hoch. So ein Freund ist er. So. Ich kann nichts dafür. Das ist die Spielmechanik. So ein toller Freund ist er. Siehste, guck, ich hebe ihn gleich hoch, aber nein. Du musst aber in die Richtung drücken. Nein, muss man nicht. Doch. Muss man halt. Nein. Muss man nicht. Muss man den Werf anhalten. Ich lande wieder drüben. Siehste? Ja. Er ist wirklich ein toller Freund. Er ist der beste überhaupt. Entschuldigung. Hä? Wie sind wir denn da hochgekommen? Das war ich mich auch gerade. Moment. Noch mal ein bisschen. Nein. Hä? Nee. Ich bin gerade etwas verwirrt. Da fängt es von mir an. Da fängt es von mir an. Jetzt habe ich mich behindert. Mist, ich selber behindert. Geh ab. Warte, du musst doch draufstehen. Ach, fuck. Die kommen wieder hoch. So. Ich gehe ein bisschen. Das wurde ich nicht. Na toll. Na, komm. An die Kante. Ja. Ach, sehr schön. Geh durch. Pum. Hilf mir. Dankeschön. Tschüss. Ming, Ming, Ming. Schieb mir das Boot runter. Nein. Nein. Ein Boot funktioniert ohne Wasser nicht. Ups. Vielleicht auch noch ein. Da war nichts. Bitte sehr. Siehst du, du kannst mir vertrauen. Ja, ja. Das hat man ja eben super gesehen. Oh, wer ist er denn? Ach, stimmt. Ich glaube, es ist Mr. Grießkram. Gib uns den Edelstein. Los. Halt. Sehr schön. Lappen. Gitt, 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 gitt. Dankeschön. Gitt, 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 gitt. Boah, ich wollte drüberhöpfen. Na, dann warten wir doch aufs Aux. Lass dich nicht wieder brutzeln. Gut. Und Weihnachten. Na, das haben wir doch von Beren geschlöst. Bis auf die paar Morde. Jep. Die der gute Paragon begangen hat. Ich weiß von nichts. Ich weiß von gar nichts. Sieht man da auch in den grünen Xen. Das sind ein paar Level fehlen noch. Jep. Nachher. Hm. Boah. Sieht man auch eine schöne Übersicht dann. Na, wie kriegen wir das Boot? Ach, ich kann es ziehen. Okay. Das habe ich ganz vergessen. Ja, dann. die auch ziehen kann. Oder sich das echt. Ja. Habt ihr das gesehen? Das ist ein Fieser-Mörder. Weil, wer mir so ein Ding vor den Kopf schmeißt. Der muss damit leben. Up we go. Packst du's? Natürlich. Du nicht. Aber ich glaube... Warte, warte, warte. Nein. Ah, du musst doch gar nicht warten. Die Kamera bewegt sich doch. Nein. Mist. Ähm. Wo bin ich? Ach, da. Da oben. Viel Spaß. Nein. Kommst du wohl? Ich komme doch da eigentlich nicht vorbei. Na gut. Komm doch. Los. Weg mit dir. Dann müssen wir mich wieder umbringen. Ähm. Falsche zur Seite. Genau. Bleibt. Ja. Danke. Bitte. Ich sag ja. Er nennt sich ein guten Co-Op-Partner. Also ein sehr Co-Op-freundliches Spiel hier. Ja. Unser Kollege ist sehr Co-Op-freundlich. Ähm. Doppelgarten. Inbar muss ich ihn durch die Gegend schmeißen. Das ist cool. Uh. Da sitzt der Bund. Where is. Gah. Was machst du da wieder für Unsinn? Dann kommen wir hier wieder rum. Keine Ahnung. Das ist aber nix. Schaffst du's? Nein du musst. Nichts machen wir da wieder. Warum nicht? Warte da runter was. Los. Nein. Immer muss man ihn mit Gewalt zu irgendwas zwingen. Ja. Schlimm mit dem Panda. Ich bin ja gar nicht so ein Panda-Kopf jetzt auch. Aber look. Nein. Ich bin Stormtrooper. Ich bin Stormtrooper. Ich bin ja gar nicht so. Ich bin's. Das ist so. So. Der Park wird diesmal ein bisschen länger. Weil wir vorhin so verpeilt haben. Ähm. Ernsthaft jetzt? Ich will nicht. Ich vertraue dir nicht. Du brückst dich auch selber um. Du brückst dich auch selber um. Dankeschön. Wie ist denn sowas eigentlich? Man hätte einfach rüber gehen können. Okay. Danke. Bitte. Ist hier oben noch was? Nein. Wie knurrieren wir die Mietze jetzt hier noch einfach mal? Ich bin episch. Du hattest nur Glück. Ich bin episch. Tollpelz. So gehört sich das. Ähm. Ich denke mal, jo. Nein. Immer muss man alles alleine machen. Ähm. Ja. Dann muss man alles alleine machen, hat er gesagt. Ne? Er hat doch alleine gesagt. Los. Jetzt steht er da oben und ruft ihm Hilfe. Hilf mir. Bzw. Lass mir helfen. Mist. Mist. Geh. Ne. Was zu. Hier. Nein! Hey, nur. Uuuu. Du. 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 Flanke so. Ich hab's geschafft! Nein, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Das hab ich auch irgendwie kommen sehen. Witzig, dass wir da angefangen haben. Obwohl da gar kein Checkpoint war. Mist. Ähm, was? Okay. Ach, da oben. Na gut. Haben wir wohl alles. Sitze aus. Ich würd sagen, nach der Aufnahme machen wir Schluss, oder? Weiß nicht. Also nach dem Level meine ich. Gut, der Aufnahme. Ja. Ja. Warte mal. Gibt's die Aufnahme. Boss in der nächsten. Ja. Yay. War hier sein kleiner Mini-Boss. Nee, der Speed-Level war hier, ne? Ja. Das ist nur der Speed-Level. Stimmt. Also in der nächsten Zeit sind wir dann auf Speed. Ja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bleibt immer schön Internet-Menschen. Bleibt immer schön Bambus. Tschüss. Te것 bleiben nicht zwei. Tschüss. Quiht bleiben. Tschüss. Dani.